Hallo Abonnenten und Kanalbesucher, hier ist Brim mit einer kurzen Ankündigung. Wie ich sehe, hat die Abonnenten-Uhr 1000 geläutet. Ding, 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 ding. Ja, ich habe es ja bereits angekündigt, es gibt natürlich ein Special für euch. Das 1000er Special. Und ich werde einfach zwei meiner Special-Ideen kombinieren. Zum einen werde ich euch zeigen, wie ich aufnehme. Aber da das allein ein bisschen wenig Material wäre, möchte ich eine zweite größere Runde FAQs machen. Das heißt, für euch schreibt mir Fragen. Am besten per PN auf YouTube, weil ich die ganzen Kanalkommentare, wenn da irgendwie Fragen gepostet werden, wahrscheinlich nicht lesen werde. Alle oder untergehen. Also am besten per PN an mich. Und dann werden eure Fragen dann da beantwortet und so. Ich weiß noch nicht, wann genau das Special online geht. Im Optimalfall, wenn es viele Fragen kommen, in zwei Wochen am Samstag. Diese Woche Samstag schaue ich, dass der dritte Herr Dokast online geht. Und ja, dann gibt es eben das Special für euch. Schreibt mir Fragen und schaut weiter mal in der Let's Plays, weil die sind anscheinend ganz toll, wurde mir gesagt. Kann ich es nicht so beurteilen, aber hey. Auf jeden Fall, danke nochmal für die 1000 Leute, die mich da hier regelmäßig gucken wollen. Und ja, wir sehen uns und hören uns. Schreibt fleißig Fragen. Bis dann, bye bye.